Es gibt kaum etwas frustrierenderes als einen schmutzigen Boden. Du hast gerade stundenlang geputzt, nur um am Ende festzustellen, dass hartnäckige Flecken und Krümel immer noch auf dem Boden kleben. Es scheint, als ob du deine Zeit und Energie verschwendet hast. Und das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch eine enorme Verschwendung von Ressourcen. Deswegen wollen wir heute drei verschiedene Modelle von Bodenwischern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Wirst du dich noch weiter zu den Modellen informieren? Oder einen der Bodenwischer bestellen? Schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Mr. Seager Professional Mikrofaser Wischmob. Bist du es auch leid, stundenlang auf Knien zu reinigen und immer noch keine befriedigenden Ergebnisse zu erzielen? Dann haben wir das perfekte Produkt für dich, den Mr. Seager Bodenwischer. Dieser Bodenwischer besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und einem robusten Edelstahlgriff und wird mit drei wiederverwendbaren Mikrofasertüchern und einem Schmutzentfernungswäscher geliefert. Mit seiner flexiblen 360 Grad Wendigkeit kann er einfach um Treppe, Möbel und Tischbeine gewischt werden. Das 38 x 13 cm breite Oberflächen-Moppad mit verbessertem Stoff-Clip-Design ermöglicht eine effiziente Reinigung deiner Böden. Das drehbare Doppelschlosssystem des Edelstahlgriffs ermöglicht eine komfortable Reinigung, ohne sich bücken zu müssen. Die Dual-Funktion Mikrofaserplatte zieht Feinstaub und Haare effektiv an und absorbiert Wasser sofort, ohne Fussel oder Streifen zurückzulassen. Mit diesem Produkt kannst du langweilige Arbeit der Reinigung deiner Böden einfach und mühelos machen. Es ist ideal für gewerbliche und industrielle Anwendungen und das doppelseitige Mikrofasertuch ist umweltfreundlich und maschinenwaschbar. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Bodenwischer auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Lifehide Profi XL. Möchtest du deine Böden schnell und effektiv reinigen, ohne dabei deinen Rücken zu belasten? Dann könnte der Lifehide Profi XL Bodenwischer mit dem patentierten Klicksystem genau das Richtige für dich sein. Das Klicksystem ermöglicht die Verwendung verschiedener Reinigungsgeräte in Kombination mit dem Stahlstiel. Dank des cleveren Designs kannst du den Bodenwischer per Fußklick bedienen, ohne dich bücken zu müssen. Das ist nicht nur rückenschonend, sondern auch ideal für die Verwendung mit der separat erhältlichen Wischtuchpresse. Der Stil des Bodenwischers ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und besitzt ein 360 Grad Drehgelenk für ein bequemes Wischen in kurzer Zeit. Der Lifehide 2-Faser Wischbezug mit Mikrofasern löst Schmutz auf Laminat und Steinböden und reinigt hartnäckige Verschmutzung ohne Kraftanstrengung. Das Beste daran, der Lifehide Bodenwischer wird in einer umweltfreundlichen Verpackung geliefert, die 40% weniger Verpackungsmaterial als sein Vorgänger benötigt. Alle weiteren Infos zu diesem Bodenwischer kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller, den Vileda Ultramax Turbo vorstellen. Du bist auf der Suche nach einem einfachen und effektiven Weg, um deine Böden zu reinigen? Dann solltest du das Vileda Ultramax Turbo Set ausprobieren. Mit dem Komplettset bekommst du alles, was du für die Bodenpflege brauchst. Ein Ultramax Wischer mit Teleskopstil, ein 2 in 1 Mikrofaser Bezug und einen Eimer mit Powerschleuder. Der 2 in 1 Mikrofaser Wischbezug des Ultramax Turbo Flachwischers entfernt hartnäckigen Schmutz und hinterlässt streifenfreie Wischergebnisse auf allen Hartböden. Und das Beste daran, du musst dich nicht einmal bücken, um den Wischbezug auszuwaschen und auszuwringen. Im Eimer des Vileda Ultramax Turbo Sets kannst du den Wischbezug mithilfe der Schleuder nach Bedarf auswringen. Der Vileda Flachwischer ist außerdem mit einem Teleskopstil ausgestattet, der sich zwischen 80 und 130 cm in der Länge verstellen lässt, um dein Rücken und Gelenke bei der Fußbodenreinigung zu schonen. Mit dem Betätigen des Fußpedals am Eimer setzt sich die Powerschleuder in Gang, um Schmutz und überschütziges Wasser aus dem Wischmob zu entfernen. Teste das Vileda Ultramax Turbo Set und erlebe eine schnelle, einfache und effektive Bodenreinigung. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Bodenwischer.